So, herzlich willkommen wieder in 4.2. Wir waren im Krankenhaus, sind geflüchtet und jetzt müssen wir durch diesen unterirdischen Komplex rausfinden. Ich muss dann warten, bis mein Ding wieder aufgeladen ist. In der Zeit kann ich immer kurz nachladen. Egal. Okay. Ja, wir sind jetzt in diesem unterirdischen Komplex. Gefangen würde ich jetzt nicht sagen, aber wir müssen hier erstmal rausfinden. Der lebt ja noch. Ja. Schruttgewehr. Sehr schön. Munition für mein Schruttgewehr. Was mich, was mich die ganze Zeit beschäftigt, ist, ähm, wie kann jemand, der, äh, wie zum Beispiel Main, 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 Main? Wie zum Beispiel, wie der jetzt heißt. Wenn dann nicht, wenn dann nicht mal die einfachsten Wörter versteht, wie kann man dann so ein Let's Play spielen? Da reicht's doch eigentlich für, für Legoland gerade so aus, oder? Nur für nebenbei. Es reicht doch gerade mal für Legoland aus. Let's Play Legoland. Da müssen wir jetzt runter. Also gut. Suchen Sie einen Weg aus dem äußeren Ring, bevor er, naja. Dunkel ist es auf jeden Fall wie im Affenbobo. Und hier müssen wir jetzt rausfinden. Das gefällt mir gar nicht im Moment. Ich glaube, wir rennen mal, oder? Dir kann keiner mehr helfen. Aber es war schön, wenn mir mal einer hilft, weil hier nämlich gerade, äh, alles, äh, auseinanderbricht und fällt. Hoppala, da hat's gebrannt. Was machen wir denn hier? Hoppala. Hier wird's doch noch mal heiß. Das kann ich nicht ausschalten. Gibt's irgendwo ein Ventil, wo ich ausschalten kann? Ne, ne? Ich werde da wohl durchspringen müssen, hä? Speichern kann ich leider nicht. Wenn's daneben geht, dann sind wir gegrillt. Wie ein Hähnchen. Ich hab die halbe Energie verloren, naja. Immer noch besser als... Naja. Dunkel wird's auf jeden Fall wieder. Ne. Die Deckung verlassen ist keine gute Idee. Ja. Das Ei hab ich euch zurückgeworfen. Das macht ihr nicht mal, äh, nicht nochmal mit mir. Und das verreckt. Ich hab gar nichts gemacht. Das waren zwei Stück. Der eine ist explodiert und dann den anderen mitgenommen. Das ist natürlich blöd gelaufen, ne? Der hat sich selbst die Granate gegeben. Und uns ein bisschen getroffen. Aber nur ein kleines bisschen. Einmal. Und das da? Energie ist noch voll. Oh, was zum Lesen. Ich liebe es zu lesen. Alle Teams, aufgrund eines Sicherheitsproblems im äußeren Ring des Testgeländes wurde der Detonationszeitplan vorgezogen. Die Anlage muss sofort geräumt werden. Das ist schön zu hören. Was haben wir denn hier? Schrotgewehr voll. Ach so, Schrotgewehr. Haben wir noch irgendwo was übersehen? Oh, ja. Hier. Volles Magazin wieder. Die haben mich sogar getroffen, ey. Was geht denn ab? Maschinenpistole voll. Da liegt ne Weste unten. Das ist ne Höhle, ne? Hier geht's lang. Hier kann keiner mehr helfen. Er ist schon tot. Er weiß es nur noch nicht. Ne, der ist tot. So, wir müssen jetzt runtersteigen. Ist der tot, ja, ne? Ja. Na, Fassel. im letzten schuss habe ich ihn gekillt wo ist er was haben wir denn da stummgewehr aufgenommen jetzt wird es natürlich heftig ne stummgewehr aufgehoben hat hier noch jemand was verloren gibt es ja noch irgendwelche nachrichten die ich lesen könnte ich komme nix mal raus toll ehrlich ja ist toll wirklich toll fällt mir so die schalten wir auch mal um auf ein schuss da geht's über meinen schleichmutter mehr gehen wir nicht in schleichmutter mit 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 Da war etwas. Ach. Da war etwas. Ich bin Angst nicht der Nichts. Ich bin Angst. Ich war sehr, sehr nah. Ich war sehr, sehr nah. Es wird also nicht der Ballen. Das kam es. Ich war sehr nah. Ich war alle Anlage, aber sie wurden schon rausgefolgt. Man hat mich nicht verwirklicht. Doch ich muss ver donné. Aber ich bin gerade auch. An der da war das Schrotgewehr. Ah, motherfucker. Oh, oh, hier geht was auf. Oder zu. Hey, Vogel, du. Psychisch oder körperlich? Wenn wir die Rübe über den Reihen strecken, wird sie irgendwann abgeschossen. Das ist nun mal so. Voll, voll, voll. Da sind jetzt, glaube ich, schon so viele Leute gestorben, da kann man ruhig hier unten entlang und die Munition aufheben. Yeah. Aber da hinten eigentlich schon einer. Hey, guck mal. Maschinenpistole, Splittergranaten. Ich bin voll. Ja, ja. Danke. Okay. Waffen tauschen. Mit E. Wieso? Jetzt warten wir schon mal ab. Ich hab ja noch ein bisschen, äh, Panzerung. Ich brenne, ich brenne, ich brenne. Schweinepriester, du. na 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 drei schuss dann ist das hühnchen tut sag ich doch zwei schuss krass kommen da noch mehr sicherlich so ein bisschen gemütlicher machen nicht so angespannt hier sitzen warten dass die gegner kommen und sie dann rein weiße zum teufel jagen wasser schon oder kommt da noch mehr ich denke das war's ja